Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen im Wir-bleiben-zuhause-Kindergarten. Ich bin Skippy und zeige euch in den folgenden Videobeiträgen, was ihr alles sonst noch zu Hause machen könntet und natürlich noch vieles mehr. Lasst euch einfach überraschen! Ich hoffe natürlich auch, dass dieses Video euch gut gefallen hat und wünsche euch noch eine schöne Zeit und Tschüss! Bis zum nächsten Mal!